Wir müssen viel intensiver, als es bisher geschehen ist, vor allem in unseren Schulen mit dem Thema Rassismus und Antisemitismus uns beschäftigen. Wir müssen die Lehrer dazu ertüchtigen und sie unterstützen. Wir müssen Lehrmaterialien zur Verfügung stellen und wir müssen vor allem von allen Schülerinnen und Schülern, von allen Kindern in unseren Schulen verlangen, dass sie das, was wir als einen absoluten Wert betrachten, nämlich dass wir Antisemitismus und Rassismus nicht zulassen, sich daran zu halten haben.